Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Moonlight. Jo. Wir sind ja im letzten, hoppala, im letzten Teil kläglich verreckt. Ja, das passiert halt schon mal. Wenn man ein Schussl ist, dann komm her. Ja, das habe ich super gemacht. Und ist da unten was? Natürlich nicht. So, haben aber auch zugleich uns einen neuen Bogen, also einen Bogen-Upgrade geleistet mit Verzauberung. Ähm, den ich auch ruhig mal öfter verwenden könnte, ne? Vor allem für solche Gegner. Das geht eigentlich ganz gut, der Bogen. Okay, da hilft dir nichts. Aber der geht echt nicht schlecht. Ich glaube, den Bogen könnte man auch für den Wüstenwächter brauchen, ne? Darum ist hier aber dieser eine Raum. Düdl, 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 düdl. Ich hoffe, das ist jetzt leiser für euch. Also, wie gesagt, vom Hintergrund her, ne? Wahrscheinlich schon zu leiser, ne? Hm, ich glaube, ich würde jetzt mal da drüben. Der Bogen geht echt nicht schlecht. Hui! Hoppala. Nein, da rüber. Das geht echt nicht schlecht. Muss ich mir merken. Zerstört bei Rückkehr einen Gegenstand in diese Richtung, dass tun wir nichts machen. Zerstört Fluch-Effekt von einem angrenzenden Blabla. Das tun wir da. Und du kannst was? Zerstört Fluch-Effekt angezeigter Richtung ebenfalls. Ähm, das können wir da mal beruhigt hier lassen. Das passt. Äh, wo soll man herkommen? Von da drüben, oder? Zack, zack. So, ich hoffe, ihr kriegt eine Sache. Wow. Wow, okay, das ist fast alles gut. Schön. Hier unten ist natürlich nichts, ist eh klar. Na, das geht eigentlich ganz gut mit Po und Po, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, außer man hat es mit den Nahkämpfern zu tun, ist eh klar, ne? Aber für so einen Fernkämpferlein ist das eigentlich gar nicht schlecht. Muss ich mir echt merken. Ich würde sagen, zuerst da drüben, ja? Upsa. Ah, das wurde so jetzt eigentlich nicht. Das war fail. Also eh nichts Neues. Ha, ha. Ja, ja, ist ja schon gut, äh, klar. So, der ist erledigt. Du bist lästig. Du bist auch lästig. Jetzt hoffe ich, Damage gibt es aber nicht, ne? Oh, doch, gleich eigentlich mit den zwei Hintern, sehe ich gerade. Ist eigentlich gut. Ist okay. Was haben wir da? Zerstört Flucheffekt von einem Gegenstand in angezeigter Richtung. Machen wir mal so. So. Und Flucheffekt zerstören. Na ja, genau. Dann tun wir aber jetzt mal gleich einlösen. Kann man das schon stacken? Nö, wegen dem da, ne? Egal. Wir haben noch Platz. Das geht super. Schau mal. Hervorragend. Gegner, die auch auf dem Pfeil besonders empfindlich sind, kriegen auch automatisch mit der Rentsch. Das ist auch super. Das erfreut uns. So kann ich mir einen Haufen Tränke sparen. Es kommt halt natürlich auch drauf an. Welche Stufe der Gegner selber hat, ne? Was haben wir da? Zerstört bei Rückkehr einen Gegenstand in dieser Richtung. Sicher nicht. Nach Hause teleportieren. Ich würde sagen, können wir, glaube ich, den da. Was haben wir da? Was haben wir da? Gegenstand geht kaputt. Da wird sich jetzt anbieten, den Flucheffekt zu zerstören. Aber stacken können wir leider noch wenigstens, ne? Das macht jetzt was kaputt, ne? Jawohl. Gegenstand geht kaputt, wenn zu viele treffen. Okay. Da werden wir den hier... So. Gut. Kann man was decken? Niemals. Ähm. Opfer mal den da wieder für das da. So. Gut. Nächster Boss. Ups. Ne, jetzt aber. Sehr gut. Na, das geht super mit dem... mit dem Ding. So muss er nicht immer nahe kämpfen sein. Ich kann ja auch mal probieren, ein bisschen auf meine Gesundheit zu schauen. Hm. Und schon kommt der Frosch im Hals. Hurra. Der ist ja auch so ein furchtbarer Gegner. Wobei der wird sich mit Nahkampf schon entbehren. Out oder nicht. So, das war's. Haben wir's gut gemacht? Ich glaub, ne? Das war nicht so schlecht. So. Wix haben wir gekriegt. Super. Ist da unten was versteckt? Nein. Aber da drüben sehe ich was zum Heilen. Das können wir jetzt eh brauchen. Und... Platsch. Ach. Das hat gut getan. So. So. Autsch. Na, wo willst du hin? So, den haben wir erfolgreich ausradiert. Halt. Nein. Ich hab keinen Platz mehr, ne? Au. Jetzt war ich wieder sehr unvorsichtig. Hoppala. So, geht's gut. Jawoll. Das lief ausgezeichnet. So, jetzt muss ich kurz mal klubschen. Einen Trank haben wir jetzt echt schön gespart. Können wir jetzt noch irgendwas nach Hause schicken? Eingehend schon in der Richtung zerstört Fluch-Effekt angezeigte Richtung. So. Dann können wir das so versuchen. Nein. Das wollte ich so jetzt nicht. So. Fluch-Effekt zerstört. So. Dann können wir eine Tasche stecken. Dann haben wir wieder Platz. So. Die Seile dann gut mitnehmen. So. Dann gehen wir nochmal baden. Wir haben den Bogen ausgelüstert. Das ist echt praktisch. Ich bin echt blöd. Das, das ich schon früher gemacht habe. Und der nächste. Ja, so muss das ausschauen. Ach, da gehen wir lieber auf Nahkampf. So. Ist besser. Ist gesünder. So. Man kriegt jetzt Damage-Herrschaftszeiten. Äh, was können wir noch wegschmeißen? Ich will, ich will den da weghauen. Für das rote Gelee. Weil das brauchen wir ja auch. Ja. Nächste Ebene. Ich würde sagen, ja. So. Und dann, ähm, nochmal nach Hause gehen. Die Taschen leer machen. Würde ich sagen. Hm. Vielleicht noch den ein oder anderen Trank machen. Und. Ja. Ich glaube, das können wir so lassen. So. Einmal nach Hause, bitte. Und. Jo. Burst. Wir haben 59 Gegner besiegt. Das ist echt viel. Wow. Okay. Beim Dingens hängen geblieben. So. Äh, ja. Begrüße. Unsere Gute ist nach Hause gegangen. Ist eh klar. Ist schon finster. Wie gesagt, wir haben ihr Urlaub gegeben. Ähm. Das lässt sich nicht zweimal sagen. Wer macht das schon? Ja. Außer es wäre wirklich sehr unpassend. Ähm. Nach Hause geschickt haben wir, glaube ich, auch was. Der Haus. So. So. Bitteschön. So langsam fühlt sich unser Zeug sehr wieder. So. Jetzt können wir nochmal ein paar Tränke machen. Ich habe echt Respekt vor dem Wüstengegner. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir mit unserem Bögelchen da jetzt was reißen können. So. Er begrüße. Ich hätte gern Tränkelein. Und zwar so viel wie geht. Zwei Stück. Ja bitte. Wir sind echt arm. Wir sind richtig arm. Alter Schwede. So. So. Danke. Mit E. Ähm. Ja. Schmiedtechnisch geht eh nix. Können wir dann den Taschen zurück. Geh. Juuu. So. Lalalalalalalala. Es lädt. 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 Basta mal kontrollieren. Nicht dass ich einen Blödsinn mache. Und einfach mit den Taschen zurückgehe. Ohne meinen Rucksack zu entleeren. Das kann alles passieren. Halt. Wow. Ich hab's nicht mehr gekriegt. Weil es war hier und her. Holzstatt nach vorne. Wow. Alter. Eigentlich. Er haut doch zu. Herr schafft Zeit. Herr schafft Zeit. Alter. Ich mach mich fertig. Der haut doch zu. Ja. Du sowieso. Ja. Der ist schön verblutzelt. Alter. Da mit Schaden gekriegt. Das war unschön. Das war jetzt richtig unschön. Boah. So hätte das es nicht laufen sollen. Geht's hier runter? Nein. War hier drüben was? Nein. Das war ja auch. So. Zack. 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 Und du, ne? So, dann haben wir es schön gemacht. Komm, ist nichts mehr. Schwupp, die Schwupp. Jawohl. Jawohl, der war schön. Alter. Jawohl, der ist super ausgewehen. Au, au, den habe ich jetzt zu spät gesehen. Das war jetzt mein Fehl. Jawohl, haben wir es getroffen, auch noch. Du Gauner. Haha. Ja, das ist echt kein Vergleich. Das mit dem Bogen ist halt wirklich sehr hilfreich. Was haben wir da? Zerstört bei Rückkehr den Gegenstand in diese Richtung. Das heißt, wir tun es da mal hin. Gut. Super. Müssen wir durch die Lava hüpfen. Da haben wir immer schön fest drauf. So, einmal schön mit dem Schwertelein. Sehr gut. So, du bist gleich Geschichte, du Kern. Jawohl. Sehr gut. Was haben wir da schönes drin? Gegenstand geht kaputt. Gott sei Dank. Ich sollte was trinken. So. Noch was. So. Au, ich renne spät in den Lava. Mann, Mann, Mann. So, immer schön fest raus. So, eins, zwei, drei. So, eins, zwei, drei. Wow. Langsam. Jawohl. Das war schon mal nicht so schlecht. Sehr gut. So, machen wir das. So, machen wir das. Jetzt hier runter. Nein. Dann warten wir uns weiter unterladen, oder? Nein, passt schon. Hier runter müssen wir. Wow, ne? Oh Gott. Alter Schwere. Das ist halt schon heftig jetzt, ne? Passt, der ist erledigt. Der ist auch erledigt. Das freut mich. Achtung. Passt. Das war jetzt Arbeit. Ist da unten was? Nein. Das war jetzt richtig Arbeit. Boah. Ich glaube, da werden wir, bevor wir zum Boss gehen, doch mal schon hier weggehen, glaube ich. Habe ich hier nicht aufgemacht? Oh, da habe ich es vergessen. Zerstört bei Rückkehr Gegenstand. Oh, deshalb. So, Entschuldigung. Alter Schwere. Ja, dich werde ich gleich brauchen. Wir haben den Bogen ausgelüstert. Bast. Wow. Alter. Alter. Na, so wollte ich das nicht. Okay, hier ist ein hartes Wörfelsatt. Ich bin ein hartes Wörfelsatt. So. Ich bin ein hartes Wörfelsatt. Okay. Ich bin ein hartes wurde. Ich bin ein hartes Stil für die Ingenie. in diese Richtung. Ich glaube, jetzt tun wir mal die weg. Und nehm den da mit. So. Alter Schalter. Boah, ausweichen. Wow. Wo ist er denn? Da. Wir könnten es schaffen. Ja, sehr gut. Ui. So, jetzt haben wir den Platz. Ausweichen. Wow. War sehr gut gemacht. Ui. Und da geht es zum Boss. Ich würde aber sagen, no, das machen wir nicht. Zerstört bei der Rückkehr den Gegenstand in diese Richtung. Zerstört Flucheffekte von einem Gegenstand in angezeigter Richtung und schickt nach Hause. Ich würde sagen, da können wir gleich mal nach Hause schicken. Das da. Dann, was haben wir hier? Zerstört den Flucheffekt. Schauen wir mal, was das da ist. Ui. Das kann man nicht stapeln. Ich glaube, das wäre mal... Opa, das wollte ich gerade so nicht. So. Den können wir hergeben. Dann können wir den hier rüber tun. Dann passiert da nichts. Weil da will ich wieder was kaputt machen, ne? Ja. Und das hier. So. Passt. Damit wir noch mal hier die volle Ladung abkassieren können, werde ich mir schnell den Raum... Also was, wir können hier bleiben. Nehme ich mir den Raum hier zum Rausteleportieren, so wollte ich sagen. Und... Wir werden dann schnell unsere Taschen leeren. Kriegen noch mal den Raum hier und... Versuchen dann den Post zu machen, ne? Probieren wir es mal. Ob es uns gelingt. So. Jo. Das alles hier ist Arbeit. Arbeit, Arbeit. Servus, Häschen. Wie geht's dir? Ja, immer dieser Sexismus. Dieser blöde Kerl. Immer muss ich für den Arbeiten. Arschloch, blöd ist wirklich. Ja. Ja. Mann, Mann, Mann. So. Passt. Soweit, so gut. Hm, hm, hm. Ich glaube, verkaufen tut mir, wie gesagt, noch nichts. Ich will das selber gerne machen. Aber Tränkelein brauchen wir. Servus, Opa. Ja, du Jungspot. Was willst du denn? Über so frech. Ja. Selbst verfreilich. So, wie viel dürfen wir machen? Zwei. Ja, bitte. Danke. Ich weiß, dass wir so auch welchen kaufen könnten. Willi aber ehrlich gesagt nicht. Ich will schon Geld sparen, so gut es geht. Wie ist er beliebt? Oh, sehr beliebt. Egal. So, und? Dann würde ich sagen, wir kämpfen uns gleich als erstes den Weg zum Boss frei. Für den Fall, dass wir die Nase voll haben auf dieser Ebene, dass wir nochmal den Boss probieren können. Ähm, ja. Also müssen wir da rüber. Wo haben wir ausgerüstet? Passt. Das ist so ein... Ui, rauf da. Runter. Der ist ein bisschen langsam jetzt. Ich bin mir hier im Schub. Ich bin halt schon langsam da. So, 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 so. Alter. Ja, das war wunderschön. Dem ist nichts hinzuzufügen. War weg da. Den haben wir super umgehauen. Den haben wir auch super erledigt. Der war nicht so schön. Wow. Okay, egal. So, jetzt haben wir gleich. Super. Passt. Dann können wir uns noch die anderen anschauen. Die anderen Räume. So, weil zum Heilen hätten wir da ja noch was. Der Skorpion, ne? Oh, ich kann nur übers Wasser laufen. Ich bin Jesus, Skorpion. Freut mich. Da. Halt, langsam. Alter. Alter. Das ist so der Typische, ne? Au, au, au. Geh ein, bitte. Ja, ich geh ein. Ach, geleg mich doch am allerwertesten, wirklich. Na, oh, Mann. Jetzt fange ich wieder von vorn an. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe mir gedacht, ich hätte schon wieder so viel Damage gekriegt. Na klar, wenn ich auf... Mann. Das wird heute nichts mehr. Sehe ich schon kommen. Ich bin schon wieder viel zu lange weg gewesen vom Spiel. Ich habe schon wieder überhaupt, überhaupt kein Feindgefühl. Nichts, gar nichts. Kein, gar nichts. Das ärgert mich jetzt wieder auf Vollgas. Ich muss mehr aufpassen. Ja. Geh. Verreckt doch doch. Echt, unglaublich. Der Bogen ist so toll. Ich kriege jetzt kaum Damage mehr. Zack, tot. Scheißdreck. Mah. Das ärgert mich jetzt wirklich. Das ärgert mich richtig, richtig. So wird das nichts. Da. Ach, das ist unglaublich. Ist das wirklich? Na, die brauche ich noch nicht zum Heilen. So schlimm ist es noch nicht. Jetzt sterbe ich da schon wieder, ey. Na, das ärgert mich wirklich. Ja. Geh ein. Geh auch ein. War es... War hier unten was? Glaube ich nicht, ne? Weiter. War es erledigt, erledigt. Ist hier was? Ja. Ein Buch. Schön. Ich glaube, wir sollten... ...die Ebene verlassen. Die war da drüben, glaube ich, ne? Ja. Na, jetzt fände ich echt ins Feuer. Weil ich doof bin. Und tschüss. So. Passt. Das tun wir doch schon mal zu dem. Na, ich bin echt doof. Was soll ich da machen? So. Nächste Ebene. Wir haben... ...feine Bogen. Gut. Kommt, Freck. Passt. Also, schon mal zu dem. Alter. Passt. Machen wir auch schon mal. Mann, dieses Ding da nervt. Geh ein. Da. So. Drecke. Geht ja. Schön mitnehmen. Was ist hier? Zerstörbrücke. Gegenstand in gezeigte Richtung. Sicher nicht. Was war hier? Hä? Mann. So muss das ausschauen. Hm. Geht ja diese Tech-Geschichte. Weiter. Boah. Geh weg. Uff ich. Puh. Na, super, ne? Da. Alter. Ja, das war gut. Ja, weg damit. Passt. Dann schauen wir mal, was hier los ist. Zack. Au. Alter. Gut weg. Na, nicht runterfallen. Du Scherzkeks. So, der ist erledigt, glaube ich. Passt. Jetzt aber. Okay. So, fertig. Jawohl. Sehr gut. Ne, wie, das hat nicht mehr Platz. Alter. Ähm. Trinken brauche ich nichts. Das heißt, es muss weg. Was? Jetzt haben wir da was Platz. Sehr gut. Mir geht es nicht weiter. Gut. Hü, hü, hüpf. Ich verrecke da immer. Eh, warte. Da drücken wir jetzt nicht weiter. Ich verrecke immer zu. Alter, ausweiten. Boah. Wir haben eins auch ernst, der Kerl. Der ist auch erledigt. Sehr gut. Ähm. Wir sind schon wieder voll, voll, voll. Ich würde sagen, tun wir das da weg. Ah, warte, da unten könnte was sein. Nix da. Da ist nix. Da ist auch nix, oder? Nein. Da ist nur noch was. Oh, 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 oh. Sehr gut. Und da geht gar nix zum Aufsammeln. So, super. Au, 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 au. Was? Da hätten wir auch. Hm. Theoretisch. Hauen wir das weg. Was? Da ist auch nix, oder? Nein. Nächster Raum. Alter. Alter. Na, die wollten weg. Zack. Zack. So. Passt. Puh. Was, da gibt es noch mehr? Wo? Ich sehe jetzt keinen Gegner. Das ist jetzt wieder typisch, oder? Bin ich blinkt, oder sehe ich den jetzt einfach nicht? Geht nicht. Okay, dann können wir uns nur rausborden. Ist ein Bock. Ich sehe keinen Gegner mehr. Super, ne? Jetzt können wir wieder von vorne. Ach, das ist scheiße. Es ist doof, wirklich. Ah, wir haben dafür ein besonderes Buch. Das werden wir auch gleich ausstellen. 15.000. So, ja. Prima's mal mit 17. Haben wir noch was Besonderes? Resistentes Glas. Resistentes Glas, theoretisch. Können wir das auch da hin tun? Aber 5000? Wissen wir nicht noch, wenn wir ein Sechser draus. Ah, können wir das schon mal so machen? Zack, 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 zack. Fast. Und weiter. Bam, 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 bam. Ach ja. Wir machen noch schnell die Tränke. Dann beenden wir den Part. Und dann machen wir den nächsten weiter. Wir grüßen. Ihr hätt gern so viel wie geht. Drei. Ja, besser als nix. Danke. Wir müssen dann echt bald wieder Handel betreiben, weil wir werden arm. Schön langsam. So. Puh. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.